So, hallihollo Freunde, da sind wir wieder, der NRW über 18 Jahre, an der Stelle, wo wir aufgehört haben, das Spiel hat ja Gott sei Dank gespeichert. Und, äh, ja, was machen wir jetzt? Wir gehen... Achso, Moment mal, ich will jetzt erstmal... Moment, stop. Nein, das macht er nicht. Und zwar... die... Geldflasche. Da! Alter Säufer hier. So, dann die Feize. Und, ähm, in Position bringen. Zack! So. Jetzt will ich... Was will ich denn hier haben? Da hab ich keine Munition mehr, da hab ich keine Munition mehr, das ist scheiße. Dann die Machete. Such diesen verdammten Amerikaner, von Beck will sein Kopf. Oh, oh. Nicht schon wieder. Diese Kamera! Da, da ist er! Ich seh den Schatten! Oh, ich mag nicht. Hast du nichts in der Hand, kannst du einen Gegner packen, drücke dazu gleichzeitig die linke und rechte Maustaste. Okay. Ah, okay, verstehe. Ach, du Scheiße, denn ist noch einer. Okay, muss ich da jetzt warten, bis der jetzt an einer bestimmten Stelle ist, oder kann ich den jetzt hier einfach attackieren? Ja, und jetzt? Hey, 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 hey! Ach, du Scheiße! Ah, ha, 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 ha! Oh, 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 oh! Der kann sogar... Habe ich jetzt hier gerade zwei Leute auf einmal erledigt? Boah! Ah, mein Lieber! Ach, du Scheiße! Ich habe hier gerade... Ah, das ist ja... Okay. Hat der was? Ja, komm, steck mal weg hier. Habe ich hier zwei Macheten oder was? Ach, ne, der hat sie fallen lassen. Boah, geil! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das schaffe, Freunde. Aber ich will jetzt auch erstmal meine Fellflasche auffüllen. So. Komm halt runter, Indy. Runter halten. Oh, sehr gut. So, kannst du wieder wegstecken. So. Man hat mir hier empfohlen, mit der Maus zu steuern. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch so machen. Was ist das? Komme ich da rum? Ne. Ach ja. Das hat ja alles schon ein bisschen alles von Tom Pryder. Das muss man ja mal so sagen. Oh Gott, da geht's noch weiter. Ist da einer? Ja, und dieses Atemgeräusch, ich hab mal nachgeguckt. Also das kann man hier im Spiel jedenfalls nicht abstellen. Ich hab ein Patch, oder ein Hack, je nachdem, gefunden im Internet, wo man das, äh, wo man das abstellen kann. Aber steht auch dabei, dass was ist das? Ach, wieder nur ne Schaufel. Dass man eventuell damit seine alten Spielstände verliert. Und das möchte ich nicht. Hallo, Indy, guck doch mal da. Ist da irgendwas drin? Nein. Ach, ich hab gedacht, da wäre Munition drin. Käse. Okay, was haben wir da? Ein Feuerchen. Da können wir aber nichts machen. Ja, und ich hab es euch gesagt, langsam in die Steuerung rein kommen werde ich mit Sicherheit. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, Moment. Wieso? Das ist aber jetzt merkwürdig. Ach nein, das ist, ähm. Hm, okay. Das heißt so aus, als ob man den Baum hier umschmeißen könnte. Aber anscheinend nicht. Okay, dann geht's, äh... Hier rüber! Haha. Okay. Die stecken wir wieder weg. Hier hoch. Springe und greife nach der Kante vor dir. Ah, okay. Ah, okay. Fange ich mit A und D nach links oder... Ah, nach ihm! Scheiße. Och, nee. Oh. Moment, was ist da unten drin? Wenn ich da oben jetzt schon lang gehe... Das ist eine Leiter. Die geht ja sogar automatisch hoch. Verdammte Moskitos! Oh. Ah, diese Kamera. Hallo, Indy! Haha. Was? Wer ist da? Ah, da steht einer. Moment, jetzt dreht er sich... Ach nein, jetzt ist der da unten. Scheiße. Der hat eine Knarre. Nein. Kacke. Was ist das? Ach, ne. Ach, Mann, wer war das jetzt? So. Und jetzt passiert folgendes. Ah. Es war wohl gut. So, kriegt man jetzt hier auch bitte mal irgendwo Munition? Nein. Da macht man so eine Werbung. In den Kisten findest du immer tolle Sachen. Ja, wie toll sie denn aus. Da ist er. Ah, der kommt hoch. Nein, jetzt bin ich unten. Scheiße. Aber da ist eine Knarre. Komm, die stecken wir mal weg. Wo ist der jetzt? Ist der jetzt da oben? Hä, was ist das? Grafikfehler. Ja, und nu? Oh, oh. Äh, Moment. Nein, 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 nein. Trink mal schön, Indy. Genau. Nein, die kannst du wegstecken. Ei, 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 ei. Aufregend, aufregend, aufregend. So, jetzt können wir hier... Nein, 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 nein. Du sollst die aufbüllen. Ich find das immer so geil. Wie ihr den Kopf schüttelt. So, wegstecken. So, dann war das hier rum. Hier hoch. Hier rum. Dann war das... Hier rüber! Dann war das... Hier rüber. Moment, wo war denn jetzt die? Nein, Indy weg. Indy weg. Äh. So, hepp. Jetzt mit... E. Hallo, Indy, in die... Nee, 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 nee. Mit E. Ja, so ist das schön. So, und jetzt möchte ich nur noch was sehen. Oh, oh, das ist Feierabend. Ja, was denn? Nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Ach, ich bin das schon, oder was? Oh, diese Kamera. Das sieht mir hier danach aus. Wo ist denn jetzt eigentlich die Tür aufgegangen? Schlage einem Gegner mit der Rechte, mit der Feige die Waffe aus der Hand. Wähle dazu die Feige aus und halte. Wo war jetzt die Tür, die aufging? Moment. Ja, irgendwo muss doch die gewesen sein. Die muss doch da drüben gewesen sein. Na, okay. Ich schaue erst mal hier nach. Hier sind da bestimmt wieder irgendwo Gegner. Auch wieder nichts drin. Auch nichts drin. Da könnte... Nee, doch nicht. Okay. Da geht's nicht hoch. Also nur hier in den Tempel rein, ja? Hier ist die Wand dünner. Wenn ich Sprengstoff hätte, könnte ich ein Loch in die Mauer sprengen. Waaah! Na toll, wo kommt die denn jetzt bitte her? Stell dich mit einer Sprengladung neben die. Ach, du Scheiße. Boah, keine Chance hat er. Der hatte doch ne Waffe da. Der hat ne Waffe. Neue Mal mit einem Schuss. Wo ist der andere? Da waren doch zwei. Kannst du bestätigt maulen über die unten, was da so sein? Stell dich mit... Ja, ich weiß. Also muss die Tür wohl... Moment, der zielt doch, oder? Such diesen verdammten Amerikaner. Van Beck will seinen Kampf. Was? Ach, Scheiße. Boah, Mami! Sehr gut, so. Wie kommen wir jetzt an den da dran? Moment, Peitsche. Ah, Scheiße! Spüre die Faust in dies. So, wo ist jetzt die Knarre? Moment, wo ist die Knarre, die da fallen gelassen hat? Gibt's hier vielleicht bitte Munition drin? Bitte Munition. Ja! Schrotpatronen, sehr gut. Wie viele? Zwei Stück. Wow. Tja, aber wo ist die Schrottpatrone, die ich denn jetzt aus den Fingern geschlagen hab? Die ist weg. Käse. Käse, wo heißt... So, Moment mal, wo geht's hier rein? Ach, da ist doch die... Boom. Boom. Ja, ja, genau. Nein, 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 nein. Wieder raus hier. So. Die Mauer kannst du in die Luft sprengen. Geh in Deckung. Zün, 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 zün. Und nu? Lädt. Toll. Der Eingang ist verschmerzt. Was für ein Zufall. Okay, das sind Gewichte. Das sind Zahnräder. Das ist eine Mauer. Und hier ist ein Hebel. Sollte es so einfach sein, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, was die Zeit sagt, aber hier wurde gerade gespeichert. Deswegen, denke ich mal, mache ich ja Schluss. Ich finde, wir sind gut vorangekommen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin. NRW bei 18. Hat Jürgen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder.